herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video hier heute auf unserem kanal sofort und gleich wir haben einen creator code bekommen und zwar ist das der creator code sofort u gleich ttv so auf annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und zahlt keinen einzigen wie back mehr weil wenn ihr uns jetzt was kauft kaufen wir uns mal den holo scan kaufen uns den einfach mal dann zahlt ihr keinen wie back mehr wie ihr seht und unterstützt uns trotzdem ja und dazu noch leute dazu noch haben wir die benutzerdefinierte option und können ja einfach was eintragen ich habe jetzt irgendwas eingetragen drücken auf annehmen auf annehmen drücken auf starten match starten und damit haben wir custom games freigeschaltet ich habe heute morgen um circa zwölf uhr war morgen mittag habe ich ein e mail erhalten von apple games dass wir jetzt unseren creator code erhalten haben warum das so lange gedauert hat es war ein kleiner fehler von mir nur kleiner ich habe einfach etwas vergessen worüber ich jetzt nicht wirklich reden möchte aber ja so wir haben auf jeden fall jetzt die custom games freigeschaltet und seid gespannt da wird in den nächsten tagen auf jeden fall auf jeden fall was kommen wir können jetzt einfach theoretisch abspringen und springen jetzt einfach mal wir springen jetzt einfach mal oder wir fliegen jetzt einfach mal tot und dann haben wir das ganze haben wir das dann eigentlich gewonnen haben wir das verloren wir müssen es dann verloren haben oder waren wieder absolut keine ahnung auf jeden fall haben wir dann absolut custom das ist ziemlich ziemlich geil einmal an einen abgrund fliegen und dann auch schon hier weg so zack zack und ja und dann springen wir tot und deine platzierung ist eins wir haben gewonnen so ja gut das war es war es eigentlich schon wieder von dem video wenn es euch gefallen hat dann lasst mir gerne einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare nutzt unseren creator code sofort u gleich ttv bis dahin haut noch rein und tschüss